Herzlich willkommen in Meisterfrickels YouTube Studio. Wie versprochen geht es in diesem Video um unser Display und was wir alles darauf sehen können und einstellen können. Und dann werden wir gleichzeitig noch eine Funkfernbedienung einbinden. Die habe ich extra bestellt und darum geht es in diesem Video. Viel Spaß bei diesem Video. So Leute, wie versprochen geht es heute darum unsere Standheizung so zu programmieren wie wir das haben wollen. Und dann gehen wir direkt noch andere Sachen ein wie zum Beispiel Fehlermeldung. Was bedeuten die Fehlermeldung? Wie können wir sie deuten und welche Sicherheitsabschaltung hat unsere Standheizung? Die großen Namen, die haben alle Sicherheitseinrichtungen drin. Unter anderem auch unsere chinesische Heizung hat auch Sicherheitseinrichtungen. Die sind noch ungefähr alle fast irgendwo identisch oder gleich. Und dann ist das auch egal, ob wir bei dem einen oder bei dem anderen bestellt. Ich habe zum Beispiel jemand, der Sevi, der hat bei einem anderen Händler bestellt wie ich. Der hat auch hier, ich sag mal, ein anderes Zertifikat. Er hat einfach ein DIN A4 Blatt, wo alles draufsteht. Zeige ich euch dann gleich auch nochmal genau. Das sind ein paar Sachen schöner, detailliert aufgemalt oder aufgezeichnet. Hier hast du mehr zu lesen, sag ich mal. Aber trotzdem ist alles ungefähr gleich. Dafür hat er dann diese E-Prüfung extra nicht. Aber im Endeffekt scheinen die Teile alle gleich zu sein. Als allererstes möchte ich einmal mit euch Störungen durchgehen. Also wir gehen einmal der Reihe nach durch. 1, Unterspannung. 0,1 Unterspannung. Fehler 0,2 Überspannung. Fehler 0,3 wäre die Kerze. Fehler 4 Pumpe. Fehler 0,5 hatte ich jetzt einmal, aber nur durch mein umprogrammieren. Das wäre Gerät zu heiß. Dann geht er auch automatisch die Notabschaltung. Für die Leute, die mir auch geschrieben hatten, was ist, was passiert zum Beispiel, wenn, ja, wenn irgendjemand was am Gerät macht. Kinderstopfen in den Auspupfen, Apfel oder sowas und so. Also darum geht es hier auch. Die Sicherheitseinrichtungen sind also alle da. Und also hier zum Beispiel 5 ist, wenn er Dinge zu heiß wird, finde ich unheimlich wichtig, dann schaltet er automatisch ab. Das tut er wirklich. Ich habe es getestet und es geht auch wirklich. Jetzt geht es erstmal weiter. 6, der Verbrennermotor ist nicht in Ordnung. Zum Beispiel, keine Ahnung, da hängt was drin oder sonst was. Der funktioniert nicht, er merkt das und wird dann auch abschalten. 7 hatte ich bei einem, der hat mir geschrieben, ich habe immer, immer bei anderen Steuereinheiten Fehlermeldung 0,7, außer bei der Steuereinheit, die beim Gerät dabei war. Jetzt weiß ich nicht, ob das bei jeder Heizung so ist, dass man die eventuell nicht untereinander tauschen kann, aber ich wollte dich da nur darauf hinweisen, wenn ihr hingeht, für dieses, für eure Standheizung hinterher, im Nachhinein ein anderes Steuerteil kauft, also Display, kann es sein, dass dann der Fehler 0,7 auftritt. War bei dem einen Kollegen so und er hat leider den Fehler nicht gefunden. Dann Punkt 0,8, Flammenabbruch. Das bedeutet, wenn zum Beispiel eure Kinder oder irgendjemand anders den Auspuff jemand reinstopft oder die Zuluft, also die Ansorgluft, abklemmt, dann habt ihr natürlich Flammenabbruch. Gerät geht wieder auf Störungen, geht auch wieder aus. Das heißt, die Sicherheitseinrichtungen sind grundsätzlich alle da und so viel ich das mitgekriegt habe, funktioniert das auch. Also wie gesagt, ich habe das Ding hochgedreht, weil ich natürlich wissen wollte, was kommt aus den Dingen raus und er ging dann auch kurz Zeit auf Störungen, also dass er zu heiß geworden ist, ging in die Abschaltung und alles war safe und super gut. Jetzt gehe ich hin und blende euch einmal den Screenshot vom SeWi ein. Da können wir genauer sehen, weil auch schöne Bildchen dabei sind, welche Fehlermeldung für was verantwortlich ist. Das nächste ist, jetzt gehen wir mal auf eine Funkfernbedienung ein. Ich hatte hier zu Hause ganz viele Funkfernbedienungen rumfliegen und habe gesagt, ach komm, Ausgleiche kaufen wird schon passen. Ne, passt nicht. Ich habe hier zwei identische Funkfernbedienungen. Zumindest sehen sie von außen gleich aus. So und so. Aber wenn ich jetzt hingehe und aufmache, hat der eine vier Knöpfe und der andere hat zwei Knöpfe. Jetzt kommt der Witz. Wenn er dieses aufschraubt, sind da auch vier Knöpfe drin. Ich weiß nicht, warum das eine funktioniert und das andere nicht funktioniert. Beides hat 433 Hertz. Das eine kann ich anlernen, das andere nicht. Ich weiß nicht warum. Vielleicht wisst ihr das. Und wenn ja, unten in der Beschreibung bitte reinballern. Wollte ich da nur darauf hinweisen. Also wenn er das kauft, kauft das halt extra für die Standheizung, damit ihr da safe seid und das Richtige bestellt. Ihr könnt auch ruhig das Ding für 1,99 Euro bestellen. Ich habe jetzt 4 oder 5 Euro bezahlt. Da war auch keine Batterie bei. Bei der 1,99 Euro Geschichte steht immer bei ohne Batterie. Bei der 4 Euro steht nicht dabei ohne Batterie. Ist aber trotzdem keine Batterie drin. Muss ich eine hiervon nehmen, hier reinschrauben. Und dann funktioniert das auch. Da kommt übrigens so eine Mini-Batterie rein. 12 Volt hat die, glaube ich. Und ihr solltet ihr die da mitbestellen. Oder vielleicht schon da haben. So, jetzt gehen wir drauf ein. Ich würde sagen, wir werden jetzt das allererstes Mal die Funkfernbedienung einbinden. Damit wir da schon mal safe sind. So Leute, wollt ihr jetzt eine Funkfernbedienung einbinden? Dann drückt ihr den Knopf nach oben. Und kurz Zeit später OK. Und haltet dieses gedrückt. Und dann erscheint. Ich mache das mal eben. Also erst hochdrücken, hier drauf drücken. Dann erscheint dieses AFR. Und dann drückt ihr auf der Fernbedienung auf. Habt ihr gesehen? Dann hat er jetzt einmal hier so geblinkt. Zack, er zeigt das schon ON an. Er hat geschaltet. Drücke ich jetzt auf zu machen. Geht ihr direkt auf OFF. Und die Funkfernbedienung ist schon eingebunden. Ging jetzt ziemlich flott. Und funktioniert auch sehr gut. Wir gehen jetzt nochmal nicht direkt in das Gerät rein. Sondern erstmal alles, was wir von außen steuern können. Ihr habt also hier jetzt die Zeit, die das Gerät eingeschaltet ist. Dann kann man hier weitergehen. So, das hier ist eine Code-Eingabe. Der möchte einen Code haben. So, jetzt haben wir hier. Raumtemperatur haben wir gerade 10 Grad. Auf 31 Grad war das Gerät eingestellt. Also, wenn ich das einschalte, versuche ich auf 31 Grad hochzupumpen. 10,8 Volt liegen an. Und das hier ist dieses, wo wir gerade drin waren. E00. 00 heißt, alles in Ordnung. Keine Fehlermeldung. Alles super. So, jetzt sind wir da soweit durch. Ihr könntet jetzt hier noch die Uhrzeit einstellen. Bei der Uhrzeit ist immer das Problem. Das stellt ihr einmal ein. Also, ihr stellt euren Wert ein, wann diese Standheizung anspringen soll. Er merkt es sich aber nicht. Und ihr müsst das jedes Mal wieder aufs Neue eingeben. Da gehe ich aber jetzt nicht genauer drauf ein. Wir wollen ja unser Gerät auf unsere persönlichen Sachen einstellen. Das heißt, mit Temperatur und, und, und. Jetzt hat mich, also einer hat darauf hingewiesen. Ihr könnt, wenn ihr eure Pumpe, wenn ihr euer Gerät das erste Mal in Betrieb nehmt, dann könnt ihr wohl hingehen, die Pumpe ganz alleine ansteuern. Also, ihr geht hin, drückt den Pfeil nach unten und OK. Haltet fest. Jetzt geht ihr hin und drückt den Pfeil nach oben. Dann macht es ON. Und ihr hört das Ticker an der Pumpe. Die Pumpe springt an und die Pumpe fängt an zu fördern. So lange, bis ihr wieder auf Pfeil nach unten drückt. Dann geht es wieder aus. OK, jetzt sind wir wieder raus. Dort könnt ihr jetzt hingehen, dann den Sprit von eurem Tank über die Pumpe zu eurem Heizgerät hochschicken, ohne dass irgendwelche Sachen im Heizgerät angehen. Sehr praktisch, hat mir übrigens auch einer von euch gesagt. Ich wusste das damals noch nicht. So, jetzt gehen wir einmal in die Tiefe des Gerätes. Dann gehen wir hier oben auf das Zahnrad. Einmal drücken, nochmal drücken, nochmal drücken. Jetzt haben wir hier diese Balken. Da gehen wir den Code 1688 ein. Eins. Dann wieder OK. Sechs. Acht. Acht. So, jetzt sind wir im Menü. Ich muss mal hin und wieder ein bisschen wechseln hier. Damit es nicht weg geht. Wenn ihr nämlich zu lange nichts macht, dann geht es weg. Ihr habt jetzt hier P11, geschweige denn 12, ist die Grundeinstellung meines Gerätes bei 5 kW. Ich drücke jetzt hier nur hin und her, damit ich nicht gleich wieder den Code eingeben muss. So. Also 1,2 ist die Grundeinstellung. Das ist die Pumpenfrequenz in dem minimalen Bereich. Die verändere ich auch nicht. Wenn ich das sage, okay, das ist okay. Also ich kann meinen Wert einstellen, den ich möchte. Und dann drücke ich OK. Dann geht er weiter. Das ist jetzt der höchste Wert. Steht bei mir jetzt gerade auf 5,8. Ihr könntet hingehen. Warte, ich mache mal einmal auf Maximum. Ihr müsst bei dem Ticker noch immer einen Abstand halten. Also ihr könnt nicht hintereinander durchdrücken oder festhalten. Das macht das Gerät einfach nicht. Dann haben wir jetzt einen Wert von 8. Das ist das Maximum. Aber ich sage euch gleich, bei 8 geht dieses Teil auf Störungen. Er wird dann zu heiß und geht dann auf die Störung, dass er dann zu heiß wird. Ich glaube, das war jetzt Fehler 0,5. Und schaltet sich dann automatisch ab. Deswegen ist es wichtig, dass ihr, wenn ihr eine 8 kW Heizung haben wollt, dass ihr dann bitte auch 8 kW kauft. So, meine Grundeinstellung war, wo ich es gekauft habe, 5. Beim Sebi, der hat sich dasselbe Gerät gekauft mit derselben Leistung. Stand dieses Gerät auf 5,5. Ich habe es jetzt auf 5,8 eingestellt. Und damit läuft es auch durch. Und bin damit ganz zufrieden. Jetzt geben wir wieder einen weiter. Wir drücken wieder hier oben drauf. Dann haben wir jetzt hier 1450. Das ist die Mindestlaufleistung von unserem Lüfter. Also wie viel Umdrehung er macht. Da ändere ich nichts. 1450 ist es die kleinste Stufe. Lasse ich es so. Ist für mich okay. So, dann gehen wir weiter. Höchste Stufe des Motors. Da hätten wir jetzt hier, können wir gehen bis 5000. Machen wir aber nicht. Jetzt muss ich, wenn ich hier den verändern möchte, hier einmal drauf drücken. Dann können wir auf den nächsten gehen. Ich gehe jetzt auf 4300. Lass den da. Das nächste ist da. Für einige ganz wichtig. Habt ihr mal die Fehlermeldung beim Kauf zum Beispiel von Überspannung, Unterspannung? Dann kann es sein, dass bei euch einfach die falsche Voltzahl eingestellt ist. Wenn ihr das zum Beispiel bei 24 Volt im Lkw einbaut und das Gerät zeigt an Unterspannung, kann es sein, dass das Gerät auf 12 Volt eingestellt ist. Andersrum kann es dann auch passieren, baut ihr dieses in ein 12 Volt Auto ein und es steht auf 24 Volt, kriegt ihr wahrscheinlich die Fehlermeldung Unterspannung. Das könnt ihr hier einstellen, also 12 oder 24 Volt. So, ich bin jetzt hier auf 12 Volt, lasse ich natürlich auch so stehen. Alles ist gut. Nächste ist, dann habt ihr jetzt hier noch den Wert SA1 und 2. Da streiten sich die Geister drum, was das genau bedeutet. Ich habe festgestellt, dass in dem 1er Programm der Lüfter quasi nach Temperatur angesteuert wird. Und im 2er Programm läuft der Lüfter die ganze Zeit auf Vollgas. Es ist die Frage, was möchte man? Also ich möchte nicht, dass der Lüfter die ganze Zeit auf Vollgas fährt, weil irgendwann geht der Lüfter natürlich drauf. So, eins noch, ihr habt jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn ihr jetzt die beiden Tasten drückt, sind wir jetzt, jetzt habe ich auf P 4,7. Das bedeutet, jetzt kann ich hingehen, wenn ich hoch und runter drücke, kann hier vorgeben, wie oft die Pumpe tickert, geschweige ich mich schnell. Oder ich gehe hin, drücke wieder beide Knöpfe, habe umgeschaltet auf die Temperatur. Bedeutet jetzt gerade, ich habe auf 35 Grad eingestellt. Das heißt, bei 35 Grad regelt er sich erst runter. Das schafft ihr ja gar nicht, ist viel zu kalt. Aber ich kann natürlich auch jetzt runter regeln auf die Temperatur, die ich haben möchte. Und dann ist das temperaturabhängig. Temperaturfühler ist übrigens im Display. Und von dort wird die Temperatur genommen. Die ist Temperatur und wird dahingehend geregelt. Zum Schluss möchte ich noch eine Frage beantworten. Die wurde mir des Mehrfachen gestellt. Warum hast du deine Heizung so weit oben aufgehangen? Das ist doch total blöd und macht doch gar keinen Sinn. Ich habe es aus mehreren Beweggründen gemacht. Das erste ist, ich habe kleine Kinder. Der Ausbruch, der da hinten rauskommt, wird richtig heiß. Packen meine Kinder dran, hätten die schwerste Verbrennung, da habe ich keinen Bock drauf. Das nächste ist, dahinter steht ein Gebäude. Geschweige denn, da ist noch so ein Unterstand. Und hier ist noch mal so ein Abdach. Ich zeige es euch einmal. Hier ist noch so ein Abdach. Rummelsecke quasi, ne? Und damit sich in meiner Rummelsecke nicht irgendwelche Abgase quasi sammeln und die Zuluft natürlich auch dann mit Abgase verseucht wäre und meine Kinder hier spielen oder ich da drunter bin, warum auch immer und da unten eventuell einschlafe, wegnicke und dann das zeitliche segne, geschweige denn meine Kinder. Deswegen habe ich meinen Standteil so weit oben an der Decke angebracht. Ich hoffe, damit ist es dann endlich mal geklärt und verständlich, warum ich das so gelöst habe, wie ich es gelöst habe. Ja, das mit der Funk-Fernbedienung übrigens war mir auch sehr wichtig, vor allem, weil ich dieses Teil da gekauft habe, ohne eine Funk-Fernbedienung, aber schon extra darauf geachtet habe, ob mein Display es kann. Weil im Endeffekt, wenn ihr so ein Teil kauft, ist das halt so, die kostet mit Funk-Fernbedienung, ich sage mal 20 Euro mehr, aber im Endeffekt kostet die Funk-Fernbedienung, wenn ihr die günstig kauft, ich sage mal 1,99 Euro, zwischen 1,99 Euro und 10 Euro und ja, die kann ich dann auch nachbestellen. So, ansonsten würde ich mich für dieses Video über einen Daumen hoch mega freuen. Abonnieren dürfte meinen Kanal natürlich auch. Abonnieren ist kostenlos. Vergesst bitte nicht, die Glocke zu aktivieren. Ja, und ansonsten bis nächste Woche Sonntag. Euer Master Fricke, hau rein! Vielen Dank!